Herzlich Willkommen bei Nacktmull mit Sau. Heute machen wir eine neue Runde, nur eine kleine Formel 1 2012. Wir wollen jetzt mal schauen, warum ich jetzt mal keinen Kers hatte. Tja. Ja, 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 nee, ich habe gerade das Rennen gestartet, warum auch immer. Warum war jetzt rechts auf einmal Rennen starten und jetzt, ja, ich verstehe es nicht. Ich fahre diesmal für Lotus. Das meint er nur. Schauen wir mal, ich habe das Lotus-Zeiten auf meinem Lenkrad. Ja, ja. Ja, diesmal habe ich einen KS-Kare 400 stand jetzt dort. Ich fahre für Ketterhem. Ich fahre für sauber F1, mal so ganz nebenbei. Mein Rumrum ist das Schönste. Das war immer. Ich fahre für mindestens den zweiten Platz. Er weiß auch nicht, dass das Auto heißt. Oder Karin. Das ist mir rumrum. Ja, diesmal habe ich KS. Wurde. Ähm, LB. Ich schaffe auch schon wieder hier. Kontrollier-Marsch. Bei Bala mich aus der Kurve geschoben hat. Fällt du da überholen, wenn man nicht richtig vollenden kannst? Die Kappe geht aber mehr, aber jetzt mal andere von gerade eben. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wow. Bei uns muss ich erstmal Bala wieder einholen. Ach, der macht nicht eben Fehler. Ich hoffe mal, es schafft es nicht wieder, diesqualifizieren zu lassen. Ich schaffe das. Ich schaffe das. So, doch haben wir erstmal hinter uns gelassen. Halt die Klappe. Jetzt kommt noch der liebe Bala. Halt die Klappe. Aber in fünf Runden könnte das echt viel schwerer werden. Wollen wir es mal aufn? Ich würde es eher dann wissen, wie viel Distanz ich zu Bala habe. Schauen wir mal. Wow. Meine armen Reifen. In sieben Sekunden. Das Spiel ist nichts für mich. Warum? Oh, nötig. Komm mal in die kleine Backe nicht ran. Ach, jetzt bin ich in die Box gefahren. Ja, nee, ist klar. Warum machst du das? Nein. Ich weiß es nicht. Hast du denn zumindest mal eine Runde geschafft diesmal? Nein, mein Flügel ist beschädigt. Jetzt hat Bala gewonnen. Jetzt ist es vorbei. Meiner nicht. Meiner schon. Ich habe meine gerade repariert. Nein, ich bin gerade in der Kurve so wegrüßt mit dem Hintern. Na ja, ich habe das vorhin auch gesagt und dann hast du auf einmal 30 Sekunden wieder wettgemacht. Ich habe noch mehr Runden. Ich habe es nur noch drei Runden, Bala. Ja, diesmal habe ich auch einen KS. Boah, seht ihr das überhaupt? Wenn du längst LB drückst, dann je nachdem welcher Ansicht du es geht, deine Batterie alle oder du kriegst einen Fehler, der runter geht. Hey, ich habe noch wieder keinen Frontschwäger. Ich höre, wie er das immer macht. Ich habe mich gerade in der Kurve total weggedritten und hat die Wand geknutscht. Ich meine ja ihn. Ich schaffe das ganz einfach, weil ich es kann. Also irgendwie fuhr sich, der red bull, aber besser ist er sauber hier. Also ich mag den Lotus. DRS ist jetzt aktiviert. Maler mag alle Lotus, ja. Egal, die Scheiße. Wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Die Jungs wissen halt, wie man Autos baut. Ja, danke. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, ja. Auf grader Strecke ist die Strecke nicht qualifiziert. Ja, Topher wird wahrscheinlich immer zu sehr die Kurven schneiden. Zu viel Abkürzungswarnung kriegst du es, dass es qualifiziert. Gerade Strecke. Dann sollen sie es in der Kurve machen. Vielleicht hast du es selbst geschafft, auf der geraten Strecke abzukürzen. Ja, ein bisschen Zeit brauchen die Stewarts schon, um das festzustellen, Topher. Ja. Nee. Bala gewinn doch endlich mal. Arbeit dran. Gewinn, gewinn, gewinn. Da passt man in der Packung. Ja. Da vorne ist er. Da vorne. Jetzt fängst du an, Bala. Ich hab schon auf 6 Sekunden wieder aufgeschossen, es waren eben 11. 2 Sekunden wieder aufgeschossen. Bala hat keine Batterien leer. Ja, klar. 5 Sekunden. Krieg dich. Vor die Wand, Mami. Gucken wir mal nie zu. Nein, ja, vor die Wand, sag ich ja. Nochmal, bam. Ja. Mein Mann hat verloren. Hast du es jetzt geschafft, die Karre zu killen? Ja. Von Flügel im Eimer. Ich habe wieder aus der Kurve rausgegangen, haben wir das Kurve beschleunigt, Kerst zugeschaltet, Arsch weg. Grip an der Hinterachse verloren, Wand. Fertig. Thema durch. Schlimm, schlimm. Hätte dich haben können. Wir werden es nie erfahren. Hätte, hätte Fahrradkette. Das holt ihr auf mich. Ne, das ist 14 Sekunden in zwei Runden. Und ich wollte ihn nicht mit so einem kaputten Frontflügel. Boah, du gewinnst. Der Sauber ist echt hacklastig. Du auch? Ne. Ne, also ich, ich mag den Lotus, ich finde ihn gut. Ja, das ist fertig auch in der Karriere recht gut. Ballermack, alles wo Lotus drauf steht. Nein, ich muss echt sagen, der Lotus fällt sich sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, wie lang es dauert, bis du es endlich mal geschafft hast. Das ist ein Rennen zu beenden. Ja. Ja. Das dauert noch. Wir müssen jetzt ein offizieller Zähler schon einrichten. Rennen, zwei, beendete Rennen von Doffer, null. Ja, also bei 276 kmh macht mein Auto zu. Zähler ist nicht mehr. Irgendwas ist hier im Eimer. Ja, du. Ne. Das Gaspedal tritt man bis ganz unten. Ja, wechsel mal meine Ansicht. Hörst du meinen Motor, dann guck mal, wie der sich fliegt. Wie ein Rasenmäher. Mhm. Der ist fertig. Ne. Der hat ja nur noch 100. Ich merke es. Ja. Jetzt kann ich gar nicht mehr zu Bala wechseln. Gibt's nur noch Money. Ich fahre auch nur noch 100. Ja, du bist ein Noob. Achso, ich weiß auch warum. Mein Benzin ist alle. Er ist zusagen mit fetten Gemisch gefahren. Ja. Benzin minus eine Runde. Ich hab keine Benzin mehr. Ich bin die ganze Zeit mit dem fetten Gemisch gefahren, um Bala einzuholen. Jetzt kriech ich über die Ziellinie. Ja, jetzt bist du gleich noch bei 90. Ja, aber da fehlt mir trotzdem die Spritanzeige. Du hast keinen Spritbala. Du brauchst keinen Spritbala. Du fährst mit Luft und Liebe. Das sind 25 Punkte. 25 Punkte. Halt die Klappe. Wieder ein Rennen beendet. Ja. In einer totaler Schwachsinn. Hammer Rennen 2 durch. Also mir macht es mehr Spaß als Chip 2. Halt die Klappe. Ihr wisst ja, kommentieren, favorisieren, macht Bala fertig. Und auch viel Spaß noch auf dem Channel, Jungs. Genau. Servus. Und tschüss.